Liebe Gäste, herzlich willkommen im Namen der Bergischen Touren und der Wuppertal Marketing GmbH bei unserer Stadtrundfahrt im Doppeldecker-Bus. Wir nehmen Sie mit auf eine unterhaltsame Reise durch die grüne Großstadt Wuppertal. Erleben Sie eine faszinierende Stadt und ihre bemerkenswerte Geschichte, voll von interessanten Persönlichkeiten, Innovationskraft und Kreativität. Wuppertal, eine Stadt, die man erlebt haben muss. Sie ist weltberühmt für ihre Schwebebahn, das Tanztheater Pina Bausch, den Geburtsort des Unternehmens Bayer sowie des Philosophen und Revolutionärs Friedrich Engels. Lassen Sie sich begeistern vom Charme der Metropole im Bergischen Land und werden Sie Wuppertal-Entdecker. Heute ist Wuppertal mit rund 360.000 Einwohnern die 17. grösste Stadt Deutschlands. Zu Zeiten der Industrialisierung war das Wuppertal eines der grössten Wirtschaftszentren Europas. Die damals noch getrennten Städte Elberfeld und Barmen waren zusammen gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit rund 198.000 Einwohnern mehr als doppelt so groß wie die heutige Landeshauptstadt Düsseldorf. Damals eben ein Dorf an der Düssel. Die Einwohnerzahl im Wuppertal hatte sich in diesem Jahrhundert fast verzehnfacht. Im Jahr 1929 wurde dann verbunden, was zusammenpasst. Durch die kommunale Neugliederung wurden die Städte Elberfeld, Barmen, Kronenberg, Vowinkel, Ronsdorf und Bayernburg miteinander vereint. Die einzelnen Stadtteile pflegen bis heute sorgsam ihre Individualität. Weil die zwei Großstädte Elberfeld und Barmen verbunden wurden, gibt es bis heute vieles doppelt. Zwei Rathäuser, zwei Finanzämter, zwei Fußgängerzonen. Bis der Name Wuppertal feststand, dauerte es einige Zeit. Im Ratssaal flogen sogar die Fäuste, als es um die Entscheidung ging. Zunächst wurde das Konstrukt provisorisch Barmen-Elberfeld und 1930 offiziell Wuppertal getauft. Die Stadt hätte laut den Vorschlägen schließlich ganz anders heißen können. Zum Beispiel Talberg oder Elb-Bahmen oder Belfort oder Groß Wupp. Mit Wuppertal sind wir jedenfalls ganz zufrieden. Die Zeit der Industrialisierung prägt Wuppertal bis heute. Zwischen 1810 und 1910 fand ein enormer Wandel statt. Der Begriff der industriellen Revolution wurde übrigens mitgeprägt von einem der bekanntesten Wuppertaler. 1845 schrieb der Revolutionär und Philosoph Friedrich Engels, kaum kennt die Weltgeschichte ein Ereignis, welches in dem kurzen Zeitraum weniger Menschenalter so außerordentliche Veränderungen hervorgebracht, so gewaltsam in die Schicksale der gebildeten Völker eingegriffen hat und noch eingreifen wird als die industrielle Revolution, in welche unsere Zeit begriffen ist. Schliessen Sie die Augen und tauchen Sie ein in die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie sehen die Wupper, den rauschenden Fluss, der Namensgeber und Lebensarter der Stadt ist. Am Ufer arbeiten die Bleicher. Sie legen Garn und Stoffe auf, den Wiesen an der Wupper aus, um sie mit Hilfe von chemischen Mitteln, der Sonne und des Flusswassers zu bleichen. Sie sehen die Schornsteine der Fabriken, die unablässig arbeiten und dunkle Wolken in die Luft pusten. Sie hören das rattern an Dampfmaschinen. Über die harten Kopfsteinpflaster bollern die Räder von Pferdefuhrwerken. Die Menschen treibt es durch die Gassen, um ihrer Arbeit nachzugehen, die oft 18 Stunden am Tag umfasste und das sieben Tage pro Woche. Ein einziges Gewimmel. Laut, russig und geschäftig war es zu dieser Zeit, die das Wuppertal zu einem immensen Reichtum geführt hat. Entgegen der häufigen Annahme liegt die Wiege der industriellen Revolution in Deutschland deshalb nicht im Ruhrgebiet, sondern hier im Bergischen Land. Der Reisebuchautor Karl Berdecker schrieb 1835, mit Ausnahme einiger englischer Städte mag es vielleicht keinen Raum der Erde geben, auf dem so bedeutende Fabriken und Manufakturen, so viel Gewerbefleiß, ein so bedeutender Handel und eine solche Menschenzahl zusammengedrängt sich findet, als im Wuppertale. Auf der linken Seite erscheint gleich die Wuppertaler Schwimmoper. Schwimmen und Oper? Wie passt das zusammen? Durch die Wuppertaler Schnauze hat sich dieser Name etabliert. Nachdem das Opernhaus in Barmen im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, überlegte man, hier am Johannisberg ein neues Opernhaus zu bauen. Man entschied sich aber, aus heutiger Sicht zum Glück, für den Wiederaufbau des Traditionshauses in Barmen und für den Bau eines großen Hallenschwimmbades an dieser Stelle. Deshalb kamen die Wuppertaler auf die Schwimmoper. Heute ist der Spitzname sogar offiziell. Die geschwungene Architektur des Gebäudes mit den hohen Tribünen ist ein fester Bestandteil der Wuppertaler Skyline. Kurios ist, dass das Becken zunächst nicht wettkampftauglich war, da die Bahn nicht die vorgeschriebenen 25 Meter lang war. Man hatte beim Bau des Beckens schlicht die Fliesenstärke nicht mitgerechnet. Nach einer Sanierung 2007 wurde das aber geändert, sodass heute Wettkämpfe am Johannisberg stattfinden können. Geradeaus thront auf dem Berg die Bergische Universität Wuppertal. Mit ihren Türmen sieht sie aus wie eine Burg des Wissens, nicht wahr? Einer der Gründungsväter der Bergischen Universität war Johannes Rau, der Wuppertaler Oberbürgermeister, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens und Bundespräsident, war nicht nur ein beliebter Skatgegner in den Wuppertaler Gaststätten. Er entwickelte schon früh die Idee, seine Heimatstadt zum Standort einer Hochschule zu machen. 1972 war es dann soweit. Auf dem Berg und an weiteren Kampi auf dem Stadtgebiet kann man bis auf Jura und Medizin alle erdenklichen Fächer studieren, was einzigartig in der deutschen Hochschullandschaft ist. Diese Vielfalt zieht mittlerweile mehr als 23.000 Studierende an. Wenn Sie eine Briefmarke verschicken, denken Sie an den Fachbereich Illustration der Uni. In Wuppertal wurden zahlreiche beliebte Markenmotive gestaltet. Kinderbuchautor Wolf Erlbruch, den Sie von dem Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, kennen, war ebenfalls Professor für Illustration. Eckart Freise hingegen ist bekannt geworden als erster Millionär bei Günter Jauchs Quizshow. Er lehrte mittelalterliche Geschichte an der Uni. In Wuppertal gibt es aber nicht nur erwachsene Studierende. Die Kinder- und Jugenduniversität für das Bergische Land, kurz Junior-Uni, ist eine deutschlandweit einmalige Einrichtung. Am Loh in Barmen werden über das ganze Jahr spannende und praxisnahe Seminare und Workshops ausgerichtet. Die Junior-Uni zeichnet sich dadurch aus, dass sie ohne öffentliche Mittel finanziert wurde und wird. Das bunte und auffällige Gebäude, das direkt an der Wupper steht, hatte bereits zahlreiche prominente Besucher. Unter ihnen eine gewisse Angela Merkel. Nicht zu übersehen ist das Gebäude, das geradeaus vor ihnen aus dem Tal heraufragt. Es ist mit 75 Metern Höhe und 19 Geschossen das größte Haus in Wuppertal und damit der größte Sparstrumpf der Stadt. Der Turm der Stadtsparkasse Wuppertal wurde 1973 eingeweiht und ist heute ein Baudenkmal. Architektur und Bau sind ungewöhnlich. Die Bürogeschosse wurden von oben nach unten entlang des Aufzugschachts gebaut und schweben quasi. Ein in Wuppertal nicht unbekanntes Konzept. Gegründet wurde die Sparkasse bereits 1822. Sie ist damit ebenfalls ein Motor der Industrialisierung. Denn so konnten auch die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Groschen zurücklegen und damit etwas für ihre Altersvorsorge tun. Auf der rechten Seite sehen Sie die historische Stadthalle. Wuppertal hat akustisch einen der besten Konzertsäle in der Welt. Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern der englische Staddirigent Sir Simon Rattle, der auf der ganzen Welt Orchestern vorsteht. Außerdem macht die Stadthalle optisch eine Menge her. Wuppertaler sagen Stadthalle, andere nennen es Schloss. Im Jahr 1900 wurde sie eingeweiht als Zeichen von Wohlstand und Selbstbewusstsein der blühenden Stadt Elberfeld. Das wollten die Wuppertaler Bürger damals zeigen und finanzierten den Bau. Eingeweiht wurde sie unter anderem mit einem Konzert des jungen Dirigenten Richard Strauss. Nachdem sie als einziges Wuppertaler Konzert- und Theaterhaus den Zweiten Weltkrieg überstand, wurde sie in den 90er Jahren aufwendig restauriert. Das hat sich gelohnt. Wer die Stadthalle besucht, ist nicht nur vom Wohlklang überzeugt, sondern auch von der überragenden Innenarchitektur sowie der Wand- und Deckengestaltung. Bereits beim Hereinkommen taucht man in eine andere Welt ein. Die festliche Wandelhalle mit ihren dunklen Säulen und den hellen, gewölbten Decken sowie der große Saal mit seinen gepflegten Parkett und opulenten Verzierungen an Decken, Wänden und den Galerien sind sehr beeindruckend. Wenn der Aufbau mit den vier Türmen sie an den Berliner Reichstag erinnert, kommt das nicht von ungefähr. Dessen Architekt Paul Wallow war am Neubau der Stadthalle beteiligt. Übrigens hat nicht nur die Stadthalle berühmte Künstler inspiriert. Kennen Sie Tristan und Isolde? Richard Wagner schrieb diese Oper, ein Wehklagen auf unerfüllte Liebe zweier Menschen auf Erden. Und er schrieb sie wegen einer Wuppertalerin. Agnes Mathilde Wesendock wurde 1828 in Elberfeld geboren und wurde Mäzenin und Muse des Komponisten. Die platonische Beziehung endete abrupt, als Richards Frau einen missverständlichen Brief an Mathilde abfing. Und Wagner lebte seinen Schmerz über diesen Verlust in einer neuen Oper aus. Weltoffene und kunstinteressierte Unternehmer gab und gibt es in Wuppertal viele. Bekannt ist zum Beispiel die Bankiersfamilie von der Heid, die von ihren Reisen Bilder von weltberühmten Künstlern wie Pablo Picasso, Franz Marc, Claude Monet oder Paul Cezanne mitbrachten. Die Bilder sind der Grundstock der Sammlung des von der Heid Museums, das hier in der Elberfelder Innenstadt finden. Wuppertal ist auf dem besten Weg zur Fahrradstadt. Wichtiger Baustein sind die beiden Radwanderwege Samba-Trasse und Nordbahntrasse. Als ehemalige Bahnstrecken wurden sie umgestaltet und werden heute als Freizeit- und Verkehrswege genutzt. Die Nordbahntrasse ist allerdings mehr als das. Der rund 23 Kilometer langer Radwanderweg ist als einmaliges Projekt von Bürgern und Verwaltung entstanden. Entlang der Strecke sind durch spannende Ein- und Ausblicke neue Perspektiven auf die Stadt entstanden. Entdecken Sie imposante Bauwerke wie das 35 Meter hohe Viadukt Steinweg, auf dem Sie quasi über die Stadt hinweg schweben. Erleben Sie die Fahrt durch die Tunnel, durch die bis 1999 noch Züge gefahren sind. Heute ist die Nordbahntrasse ein Eldorado für Fahrradfahrer, Fußgänger, Jogger und Skater mit abwechslungsreicher Gastronomie entlang der Strecke. Ohne einen berühmten Arzt wären Operationen heute nicht, wie sie sind. Der 1875 in Barmen geborene Ferdinand Sauerbruch wurde Generalarzt, Staatsrat, Geheimrat, Hochschullehrer und einer der bedeutendsten und einflussreichsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde er unter anderem, weil er Operationen am offenen Brustkorb durchführen konnte, ohne dass die Lunge zusammenfällt. Das ging auf seine Erfindung eine spezielle Unterdruckkammer zurück. Es gab in Wuppertal auch noch andere Verkehrsmittel, die nicht schwebten. 1959 fuhr zum letzten Mal die Barmer Bergbahn. Die beliebte zweigleisige Zahnradbahn hat Fahrgäste vom Tal auf die Höhen gebracht. Zum Beispiel zum Tölle-Turm. Dafür gibt es immerhin noch die Bergischen Museumsbahnen. Mit dem kleinsten Straßenbahnbetrieb Deutschlands kann man heute noch fahren. Begeisterte Straßenbahnfans betreiben ehrenamtlich eine eigene Strecke über Wuppertal-Kohlfurt, auf der mehrere historische Straßenbahnen fahren. Der Staubsauger Kobold und die Küchenmaschine Thermomix sind international bekannt und kommen aus Wuppertal. Das Familienunternehmen Vorwerk hat die beiden Haushaltshelfer hier entwickelt. Und wenn Sie sich zu Hause einmal Ihre Wände anschauen, dann fällt Ihr Blick vermutlich auf eine weitere Wuppertaler Erfindung. Die Rauhfasertapete hat die Firma Erfurt aus Bayernburg entwickelt. Das sind nur zwei Beispiele für die Innovationskraft, die Teil der Wuppertaler DNA ist. Nach dem Rückgang der Textilindustrie musste sich die Stadt neu erfinden und lebt heute von einem großen Branchenmix. Die Zukunft der Mobilität wird unter anderem auf den Südhöhen der Stadt entschieden. Dort forscht das Unternehmen abtiv zu den Themen autonomes Fahren und Fahrzeugelektronik. Eine Teststrecke für selbstfahrende Autos wurde auf der Landstraße 418 angelegt. Bei den Fahrten sitzt allerdings stets ein Ingenieur hinter dem Steuer, um im Notfall eingreifen zu können. Forschungsgeist in der Automobilbranche ist in Wuppertal lange Tradition. Der Konstrukteur Gottlob Espenlaub erfand den Leichtbau und die Stromlinienform beim Automobilbau. Um Zukunftstechnologien rund um die Themen Klima, Umwelt, Arbeit und Energie drehte sich ebenfalls bei den Forschungen des Wuppertal-Instituts, das sie bereits gegenüber unserer Start- und Endhaltestelle am Doppersberg sehen konnten. Und falls im Straßenverkehr mal etwas schief läuft, sitzen mit der Barmer GEK und der Barmenia zwei der größten deutschen Krankenversicherer in Wuppertal. Zwischen Kiesberg, auf der von Ihnen aus gesehen linken, und Nützenberg, auf der rechten Seite der Wuppertal, befindet sich hier mit 600 Metern Abstand die engste Stelle des Wuppertales. Genießen Sie die Aussicht ins Tal. Viel Druck auf dem Kessel hatte das Heizkraftwerk Wuppertal-Elberfeld, dessen 198 Meter hohen Kamin Sie gleich auf der rechten Seite sehen. Der Schlot ist das höchste Bauwerk in Wuppertal. Mit dem Heizkraftwerk wurde seit 1900 aus Steinkohle Strom hergestellt, unter anderem für den Betrieb der Schwebebahn. Die Stadt brauchte durch die Industrialisierung einfach unheimlich viel Energie. Heute ist das Kraftwerk stillgelegt. Wuppertal zählte einmal zu den Hauptstädten des Bieres. 90 Brauereien hatten ihren Sitz in Wuppertal. Diese Zeiten sind allerdings längst vorbei. Echtes Wuppertaler Bier wird heute nur noch im Wuppertaler Brauhaus produziert, sowie von einigen kleineren privaten Brauern. Unvergessen bleibt allerdings aufgrund ihres Werbespruchs eine deutschlandweit bekannte Brauerei aus dem Tal. Männer wie wir, wie Kühlerbier. Wenn Sie auf die Hänge reisen, erleben Sie nicht nur wunderbare Ausblicke ins Wuppertal. Sie treffen auf die Ronsdorfer und die Kronenberger, die jeweils mit eigenen, liebevoll gestalteten Stadtzentren aufwarten. Hier hat das Stadtleben einen familiären Charakter. Fachwerkhäuser, dörflicher Charakter und Idylle erwarten Sie. Dafür ist auch Bayernburg bekannt. Der Bayernburger Stausee bietet ebenso wie die Ronsdorfer Talsperre Möglichkeiten für ausgedehnte, entspannende Spaziergänge rund ums Wasser. Am Bayernburger Kloster St. Maria Magdalena führt der Bergische Jakobsweg vorbei. Die Ruhe des Stadtteils liebt übrigens auch das Schauspieler-Ehepaar Ann-Kathrin Kramer und Tatortkommissar Harald Krasnitzer. Der sagt über seine Wahlheimat, Irgendwie wie ein Rohdiamant liegt sie da, völlig unbeobachtet, hat aber viele kleine Geheimnisse. Man kann unglaublich viel entdecken und hat was sehr Lebenswertes. Wir erreichen jetzt das Zooviertel. Neben dem Brillerviertel ist das Zooviertel das Stadtquartier mit den meisten herrschaftlichen Villen aus der Gründerzeit und ist deshalb schon lange als Denkmalbereich ausgewiesen. 1893 fing die Bebauung im Viertel an. Im Zooviertel finden sie Villen im Stil der Neo-Renaissance à la Wiener Staatsoper, Doppelvillen und Reihenhäuser mit neobarocken und neoklassischen Elementen, wie Sie sie auch am Wuppertaler Amtsgericht sehen können und Häuser im bergischen Heimatstil. Hierfür sind kunstvoll bearbeitete Dächer und Türen ebenso typisch wie das Fachwerk und die verschieferten Dächer. Entsprechend illustrer ist auch die Liste der Persönlichkeiten, die im Villenviertel gewohnt haben. Einer der Bewohner war Gerhard Domag, der den Nobelpreis für Medizin verliehen bekam. Domag hatte als Laborleiter der Bayer AG zuvor die Wirkung von Sulfonamiden gegen bakterielle Infektionen entdeckt und damit Hunderttausenden Menschen das Leben gerettet. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da sass eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Warum wir Ihnen jetzt Märchen erzählen? Wegen des Märchenbrunnens, den Sie auf der rechten Seite betrachten können. Der Brunnen wurde aufgestellt, nachdem die ersten Villen des Zooviertels errichtet waren und zeigt Szenen aus dem gerade vorgelesenen Schneewittchen sowie aus Aschenputtel, Dornröschen und Rotkäppchen. Dornröschen und Rotkäppchen. Geniessen Sie doch mal beim Ausblick auf den Bayenburger Stausee eine bergische Kaffeetafel in einem der örtlichen Cafés. Die Kaffeetafel ist nämlich einfach lecker. Es gibt frischen Kaffee aus der Dröppelminna, einer traditionellen Kaffeekanne mit bauchigem Behälter, drei Beinen, meist aus Zinn, und einem Hahn, aus dem der frisch gebrühte Kaffee tropft, also dröppelt. Der Tisch wird reichhaltig mit den besonderen bergischen Waffern gedeckt, mit heißen Kirschen oder Sahne, sowie Stuten, schwarz-weiß oder Graubot, Marmeladen und Aufschnitt. Schliesslich räumt ein Korn den Magen auf. Seinen Namen hat das Zooviertel natürlich vom grünen Zoo Wuppertal. Die Tiere waren nämlich schon vor den Villenbesitzern da. Bereits 1881 wurde der Zoo mit damals 34 tierischen Bewohnern eröffnet. Unter ihnen ein Bär und ein Pärchen Wölfe. In einer der modernsten Zooanlagen in Europa haben heute rund 3500 Tiere ihr Zuhause. Durch die Lage am Hang ist der Zoo einer der landschaftlich schönsten in Deutschland. Eine der größten Volieren für freifliegende Vögel können sie im Zoo besuchen. Aralandia bietet einen natürlichen Lebensraum, in dem sie zwischen Aras und Flamingos hergehen können. Eine große Attraktion ist außerdem das Elefantenmädchen Tuffi, benannt nach ihrer weltbekannten Vorfahrin, die eine ganz besondere Begegnung mit der Schwebebahn hatte. Dazu kommen wir aber später noch. Seinen Namen hat das Zooviertel natürlich. Und dann geht's das Zooviertel natürlich. Die Sonnenborner Hauptkirche, deren großen Turm Sie auf der rechten Seite sehen, fußt auf einer langen Gemeindetradition. Eine Kirche in Sonnenborn wurde bereits 874 erwähnt. Bemerkenswert an dem Gotteshaus ist der quadratische Turm, dessen Dach nicht ausgebaut wurde. Kein Witz. An manchem Wochenende erfreut das die Fussballfans. Vom Turm aus können sie nämlich direkt ins Stadion-Zoo hineinspähen. So fielen Gottesdienste und Fussballgucken für manche Zeitgenossen zusammen. Die Schwebebahn verlässt nun ihre Route über der Wupper und fährt über Land weiter. Wenn Sie nach rechts schauen, sehen Sie den ersten Teil der knapp drei Kilometer bis zur Endstation Vowinkel, über die die Landstrecke der fliegenden Busse verläuft. Teilweise fährt die Bahn so eng an den Häusern vorbei, dass man den Bewohnern die Hand reichen könnte. Weil es Sorgen gab, dass Sittenstrolche in die Häuser spähen konnten, zahlte die Stadt Gardinengeld für dickere Stoffe an die Anwohner. Die 464 Pfeiler der Schwebebahn sind vom Westen nach Osten durchnummeriert. 1968 riss ein schleudernder LKW den Gerüst Pfeiler 87 um und damit auch rund 100 Meter der Konstruktion. Auf der Landstrecke sind deshalb die Pfeiler mit Beton vor weiteren Zusammenstößen gesichert. 1999 geschah der folgenschwerste Unfall. Nach Bauarbeiten wurde ein Montageteil an der Führungsschiene vergessen. Ein Zug der Schwebebahn stürzte daraufhin im morgendlichen Berufsverkehr in die Wupper. Fünf Menschen starben und 47 wurden teils schwer verletzt. Eine Gedenktafel am Unfallort nahe der Station Robert-Daum-Platz erinnert an die Opfer und den schlimmsten Tag in der Geschichte der Schwebebahn. Trotzdem ist sie eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt. Das ist eine Gedenktafel am Unfallort nahe der Station Robert-Daum-Platz. Der Bau des Sonnenborner Kreuzes stellt eine Zäsur in der Geschichte des Stadtteils Wuppertal Sonnenborn dar. Für den Bau des Autobahnkreuzes wurde ein ganzer Stadtteil schlicht in der Mitte zerschnitten. Heute wäre so etwas vermutlich undenkbar. Ende der 60er Jahre wurde für die Verbindung zwischen der A46 und der heutigen A535 der Aufwand betrieben, 2000 Menschen umzusiedeln, die Schwebebahn um zwei Meter anzuheben und die Wupper auf zwei Kilometern Länge abzusenken. Als das Sonnenborner Kreuz fertiggestellt war, galt es als das größte innerstädtische Autobahnkreuz Europas. Das alles war dem wachsenden Straßenverkehr geschuldet, als die Trendfarben bei den Autos noch orange, hellblau oder mintgrün waren und die beliebtesten Fahrzeugmodelle noch Opel Commodore, VW Santana, Ford Capri oder Opel Manta hießen. Die jullie gr�� Dieünfe Die drei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommen zu glauben, wenn sie mit ihrem Auto Wenden haben sie vermutlich einen größeren Wendekreis als die Schwebebahn. In dem Gebäude, das sie auf der rechten Seite sehen, drehen die Züge in einem Radius von nur neun Metern. In der Wagenhalle der Wuppertaler Stadtwerke, die die Betreiber der Schwebebahn sind, werden außerdem in der Werkstatt die Wagen repariert. Dort herrscht Platz für 27 Gelenkzüge und den historischen Kaiserwagen, zu dem wir gleich kommen. Erstmal lenken wir den Blick aber nach oben auf ein weiteres besonderes Verkehrsmittel. Die Leitungen, die sie über sich sehen, gehören zum sogenannten O-Bus. Bitte stehen sie nicht auf, die Leitungen führen Strom. Der Oberleitungsbus Solingen fährt von Vorwinkel bis zur ehemaligen Residenz der Grafen von Berg Schloss Burg. Mit mehr als 50 Kilometern Strecke ist es das größte O-Bus-System in Deutschland. O-Bus und Schwebebahn sind Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Tickets bekommen sie an den Verkaufsstellen und in der App der Wuppertaler Stadtwerke. Auguste, setzt den Hut auf, wir kommen in die Stadt. Mit diesem Zitat können sie die Barmer bis heute aufziehen. Kaiser Wilhelm II. hatte ihn zu seiner Gemahlin Auguste Victoria gesagt, als das Paar während der Probefahrt in der Schwebebahn nach dem Start in Barmen die Grenze zu Elberfeld erreichte. Zahlreiche Schaulustige umjubelten die Fahrt am 24. Oktober 1900, nach der der Kaiserwagen seinen Namen trägt. Ruhig und sicher glitt der Wagen mit seiner teuren Last auf dem vielfach gewundenen Schienenwege dahin, berichteten Zeitgenossen. Seitdem ist der Kaiserwagen eine lebende und schwebende Legende. Die Fahrt mit dem leuchtend roten historischen Schwebebahnwagen ist ein einmaliger Genuss. Das schöne alte Vehikel wurde generalüberholt und stilecht restauriert. Mit plüsch gepolsterten Sitzen, goldfarbenen Dekostoffen vor den Fenstern, nostalgischen Lampen und einer Jugendstil-Ornamentscheibe, die die Abteile der ersten und der zweiten Klasse voneinander trennt. Im Kaiserwagen können sie nicht nur eine Rundfahrt mit Kaffee und Kuchen buchen, sondern Geburtstag feiern oder heiraten. Feiern in der Schwebebahn können sie auf der ganzen Welt nur in Wuppertal. Im ersten Teil unserer Reise haben Sie sicher schon bemerkt, dass unsere Bergische Heimat etwas ganz Besonderes ist. Deshalb gibt es natürlich auch eine eigene Hymne. Sie hören jetzt das Bergische Heimatlied in einer flotten Version der Wuppertaler Band Strickspöhn, was so viel heißt wie Streichhölzer. Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt, die Berge hochragen, der Amboss erklingt. Wo die Quelle noch rinnet aus musigem Stein, die Bäche noch murmelt im blumigen Heim. Wo im Schatten der Eichel die Wiege mir stand. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Wo die Schwerter man schmiedet, dem Lande zur Wehr. Wo singet und klinget dem Höchsten zur Erd. Wo das Echo der Lieder am Felsen sich bricht. Die Finken laut schmettern im sonnigen Licht. Wo der Handschlag noch gilt als das heiligste Band. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Wo die Wuppertal wird wogelt auf steinigem Weg. An Klippen und Klöften sich windet der Steg. Wo das Rauchen der Schlote der Räder gebraust. Die flammende Essel der Hämmer gesaust. Verkündet und rühmen die fleißige Hand. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Und meine Heimat, mein bergisches Land. Der Schmerzl ranket am felsigen Hang. Kein mächtiger Strom fließt die Täler entlang. Doch die Wälder sie rauschen so heimlich und traut. Ob grünenden Bergen der Himmel sich blaut. Drum bin ich auch weit an dem fernesten Strand. Schlägt mein Herz der Heimat, dem bergischen Land. Schlägt mein Herz der Heimat, dem bergischen Land. Ein Elefant in der Schwebebahn? Was ist denn das für eine Nummer? 1950 buxierte Zirkusdirektor Franz Althoff das vier Jahre alte Elefantenmädchen Tuffi in die Bahn. Es sollte eine Werbeaktion für die nächsten Vorstellungen sein. Der mutigste Elefant vom ganzen Zirkus wurde ausgewählt. Aber ganz so furchtlos war Tuffi dann doch nicht. In der vollen Schwebebahn bekam sie Panik, nahm Anlauf und riss die Seitenwand des Zuges auf. Rums und Platsch landete sie in der Wupper. Doch Tuffi hatte Glück. Das Tier blieb nach zehn Metern Fall bis auf ein paar Schrammen am Hintern unverletzt. Übrigens, im anschließenden Prozess wegen fahrlässiger Transportgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung, stellte das Gericht fest, die Schwebebahn ist als Transportmittel für Elefanten ungeeignet. Das gibt's nun wirklich nur in Wuppertal. Nach Tuffi benannte Milch und Joghurts hingegen in fast jedem Kühlregal. Gleich sehen Sie auf der rechten Seite unter den vielen, vielen Fussballstadien in Deutschland ein ganz besonderes. Das Stadion am Zoo wurde 1924 eröffnet. Die historische Fassade ist denkmalgeschützt. Natürlich ist es das einzige Stadion der Welt mit einer eigenen Schwebebahnstation. Innen kann man noch die Spuren der Radrennbahn sehen, die bis zu den 70er Jahren Teil der Arena war. Die Betonbahn galt als eine der schnellsten der Welt, sodass etliche Weltrekorde in den Steherrennen dort burzelten. Und dann kam die große Zeit von Meister Pröpper und seinen Sportskameraden. Der Wuppertaler SV schaffte es in die erste Fußball-Bundesliga und wurde 1973 sogleich Vierter. Stürmer Günter Pröpper wurde mit 21 Treffern hinter einem gewissen Gerd Müller und Jupp Heynckes Dritter der Torschützenliste. Im Jahr darauf wurde der große FC Bayern in diesem Stadion mit 3 zu 1 besiegt. Der WSV trägt seine Spiele heute noch im Stadion am Zoo aus. Es ist Platz für mehr als 20.000 Zuschauer. Friedrich Bayer gründete 1863 mit Johann Friedrich Westgott Bayer als Fabrik für Farben und Lacke. Bald brachte das Unternehmen auch medizinische Produkte auf den Markt. Wenn Sie das nächste Mal Kopfschmerzen haben, denken Sie an diese Stadtrundfahrt und an Wuppertal. Denn hier wurde das Schmerzmittel Aspirin erfunden. Auch die Entdeckung einer anderen Substanz ging auf einen Mitarbeiter des Konzerns zurück. Bis 1904 galt das von Felix Hoffmann entdeckte sogenannte Heroin als Wundermittel gegen rohen Blutdruck und Husten. Erst später wurden die Nebenwirkungen bekannt. Heute ist die Bayer AG ein Weltkonzern mit mehr als 100.000 Mitarbeitern, der einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro macht. Und das ist die Bayer AG ein. Bis 1904 galt. Untertitelung des순� увид juniors. Oder überrascht euch aus. hochchament, 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Nämlich 241 ist die Vogelsauer-Treppe, die Nützenberg- und Friedrich-Ebert-Straße verbindet. Sie sehen sie auf der linken Seite mit den imposanten Aufgängen. Der Bau vieler Treppen wurde übrigens von den Unternehmern finanziert, damit die Arbeiter zu Fuß von den Hängen zu ihren Fabriken im Tal kamen. Die Treppe Tippen-Tappen-Tönchen, die Luisenviertel und Ölberg verbindet, trägt einen lautmalerischen Namen. Die Arbeiterinnen trugen früher Holzschuhe. Wenn sie die Treppe hinuntergingen, entstanden entsprechende Geräusche. Tipptapp, Tipptapp. Auch dazu gibt es einen Song. Viel Spaß mit dem Lähnchen vom Tippen-Tappen-Tönchen, ebenfalls von der Gruppe Strickspöhn. Musik Er kennt ein Mädchen und das Hitlänchen, hat Wund in Wuppertal am Tippen-Tappen-Tönchen. Musik Er kennt ein ganz kleines Haus, Er kennt ein Mädchen gut, Wer kennt nie das Lähnchen, vom Tippen-Tappen-Tönchen. Komm, 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 mein Schatz, nimm an den Nesitschnerplatz, mit der Wimmel-Bummelbahn fahren sie noch blöden Haar, unterstiegen wie gut und halfen in dröne Beruht. Grüß mich der Heimut, grüß mich mein Wuppertal, mit zimmer Berge und mit zimmer Schwebebahn. Da wurde an, was klingt, da wurde Wuppertal hus, da ist milde Heimut, da seht du hus. Da wurde an, was klingt, da wurde Wuppertal hus, da ist milde Heimut, da seht du hus. Bewegung, ob Trepp auf oder Trepp ab, tut gut. Und frische Luft sowieso. Wer der Hektik entflehen will, der hat in der grünen Großstadt Wuppertal mehr als genug Möglichkeiten dazu. Rund ein Drittel des Stadtgebietes besteht aus Grünflächen wie Parks, Wiesen oder Wäldern. Wuppertal ist auf jeden Fall auch die Stadt der Spaziergänge. Denn in den zahlreichen großen Parkanlagen wie der Hart, den Barmer Anlagen oder dem Skulpturenpark Waldfrieden des international bekannten Künstlers Tony Craig kann man wunderbar frische Luft schnappen und abschalten. Die Brillastraße, die wir nun hinauffahren, zeigt den Kontrast zwischen den Klassen. Auf der linken Seite das Brillaviertel mit seinen Fabrikantenvillen, auf der rechten Seite der Ölberg, der lange Zeit als Arbeiter- und Armenviertel galt. Heute ist der Ölberg bei Studierenden und Kreativen ein angesagtes Quartier. Früher herrschte dort die größte Kneipendichte pro Einwohner der Stadt. Dieser Tradition folgend ist der Ölberg heute noch eines der Ausgeviertel Wuppertals mit dem Highlight des Ölberg-Festes alle zwei Jahre. Aus einem Nachbarschaftsfest, bei dem die Bewohner Tische und Sofas rausstellten und zum Feiern einluden, ist ein Höhepunkt des Eventkalenders mit mehreren 10.000 Besuchern geworden. Aber warum heißt das Viertel Ölberg? Dazu gibt es mindestens zwei Versionen. Eine ist die Namensgebung nach dem Berg in Israel, von dem Jesus laut der Bibel in den Himmel auferstanden sein soll. Die andere ist, dass die armen Leute auf dem Ölberg im Gegensatz zu den Reichen vom Brillerviertel immer noch mit Öllampen für Licht sorgen mussten. und das ist ein Höhepunkt. Und das ist ein Höhepunkt. Und das ist ein Höhepunkt. Willkommen bei den Feinen Leuten. Das Brillerviertel ist das größte, zusammenhängende, denkmalgeschützte Villenviertel Deutschlands. Hier lebten die reichen Fabrikanten und Händler der Wuppertaler Textilindustrie. Bis 1905 entstanden hier Villen mit Elementen von Neogotik, Neorenaissance und Neobarock. Seit 1900 tauchte immer mehr der Jugendstil auf und ab 1910 wurde regelmäßig im bergischen Heimatstil gebaut. Es finden sich aber auch Häuser von Bauhausarchitekten im Brillerviertel. Das Quartier wurde bewusst im Schatten des Westwindes platziert, um Abgasen der Fabriken im Tal zu entgehen. Der Blick auf die Fassaden der Villen lässt staunen und erahnen, welchen Reichtum die Unternehmer in der Gründerzeit angehäuft hatten. Aufgrund seiner Fassaden und der Topografie wird Wuppertal von Hollywood-Regisseur Tom Taiker gerne das San Francisco Deutschlands genannt. Er ist nicht der einzige aus der Szene, der seine Heimatstadt als Filmstadt für sich entdeckt hat. Zahlreiche Produktionen haben durch Wuppertaler Fassaden das gewisse Etwas bekommen. Eine geistige Vorfahrin der ebenfalls in Wuppertal geborenen Feministin Alice Schwarzer war Else Lasker-Schüler, die rechts von uns im Brillerviertel an der Sardowa-Strasse 7 aufgewachsen ist. Die Dichterin und Künstlerin setzte sich schon früh für die Emanzipation ein. Unter anderem in ihrem Schauspiel Die Wupper beschrieb sie ihre Heimatstadt und die Lebensumstände der arbeitenden Schicht im 19. Jahrhundert auf drastische Weise. Eine seltsam dunkle Arbeiterstadt mit tausenden von Schornsteinen. Und im schwärzesten Fluss der Welt der Wupper lernt man erkennen, welche Menschen leuchten. Wer Stücke von Else Lasker-Schüler sehen will, ist bei den Wuppertaler Bühnen gut aufgehoben. Sie betreiben das Schauspiel, die Oper und das Symphonieorchester und sind in mehreren Häusern zu Gast. Das Opernhaus in Bahmen strahlt eine besondere Atmosphäre aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es im Stil der 50er Jahre aufgebaut sowie zuletzt bis 2009 saniert. Unweit vom Opernhaus findet sich das Theater am Engelsgarten, eine kleinere Spielstätte, in der das Publikum ganz nah an den Künstlern sitzt. Der Engelsgarten trägt seinen Namen, weil dort noch heute die Häuser der Familie Engels stehen. Friedrich Engels war ein Grenzgänger und Universalgelehrter zwischen den Gesellschaftsschichten. Aus Wuppertal veränderte er mit seinem Freund Karl Marx die Welt. Engels wurde am 28. November 1820 in Bahmen als Sohn eines Textilunternehmers geboren. In seinen Briefen aus dem Wuppertal berichtete Engels unter anderem vom Elend der Arbeiter und ihrer Familien in der Industrie. In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 im Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf. Bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sich vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kind gibt. Erwachsenen, 1841 1840 war das Tal der Wuppe erneut Leuchtturm neuer Entwicklungen. Mit der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft erreichte die erste dampfbetriebene Eisenbahn in Westdeutschland die Endhaltestelle Elberfeld. Schnell musste ein Bahnhof her. 1848 wurde das Empfangsgebäude des heutigen Wuppertaler Hauptbahnhofs fertiggestellt. Es ist der älteste klassizistische Großstadtbahnhof Deutschlands. Sie sehen ihn gleich auf der rechten Seite. Von hier aus erreichen Sie Berlin, Hamburg oder München. Das markante klassizistische weiße Gebäude rechts vom Bahnhof ist die ehemalige Bahndirektion, ein Verwaltungsgebäude, das bereits 1875 von der damaligen Reichsbahn bezogen wurde. Das Gelände zwischen Hauptbahnhof und Elberfelder Innenstadt wurde in den letzten Jahren als neues Tor zur Stadt nahezu komplett umgestaltet. Die Kosten betrugen 140 Millionen Euro. Der Umbau ist ein Zeichen für die Weiterentwicklung der Stadt und kaum zu glauben. Trotz vieler Vorurteile gegenüber städtischen Bauvorhaben blieb er im Zeit- und Kostenplan. Die Straße Hofauhe, die Sie auf der rechten und linken Seite sehen, hat eine große Bedeutung für den wirtschaftlichen Aufschwung Wuppertals. Wer im 19. Jahrhundert einen Brief abschickte und darauf einfach nur Hofauhe Deutschland schrieb, der konnte sicher sein, dass er ankam. So berühmt war die Straße im Elberfelder Stadtzentrum. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die Hofauhe weltweit eines der grössten Handelszentren für Stoffe. Handel und Wohlstand blühten dermaßen, dass die Hofauhe als erste Straße Wuppertals gepflastert wurde. Der Jubiläumsbrunnen links wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Elberfelder Verschönerungsverein zu dessen 25-jährigen Bestehen gestiftet. Das Verwaltungshaus, das Sie auf der rechten Seite sehen, wurde ebenfalls bei ihrem Besuch im Oktober 1900 von Kaiser Wilhelm II. und seiner Gattin feierlich eingeweiht. 1929 wurde der Hauptsitz der Stadtverwaltung allerdings nach Bahmen verlegt. Deshalb ist das ehemalige Elberfelder Rathaus heute nur noch ein Verwaltungshaus. Das ehemalige Kaufhaus Tietz, heute Galeria Kaufhof, sehen Sie auf der linken Seite. Seit 1912 verkaufte der jüdische Händler Leonard Tietz seine Waren am Neumarkt. Für die Menschen war es ein völlig neues Konsumgefühl, eine glitzernde Warenwelt, in der man zu Festpreisen einkaufen und sogar umtauschen konnte. Tietz kam ursprünglich aus Stralsund, sah aber im Umfeld der reichen Wuppertaler Fabrikanten offenbar einen Markt für sein Handelsgeschäft. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde das Kaufhaus als undeutsches Unternehmen erst boykottiert und dann arisiert. Schließlich trat Alfred L. Tietz, der Sohn des Unternehmensgründers, als Chef zurück und das Unternehmen wurde von Abraham Frohwein als westdeutsche Kaufhof AG übernommen. Nun treffen wir im Luisenviertel ein. Ein zentraler Ort ist der Laurentiusplatz, benannt nach der Roten Kirche mit den grünen Dächern auf der rechten Seite. 2013 wurde ihr der Ehrentitel der päpstlichen Basilika Minor verliehen. Sie gehört damit zu den bedeutendsten Kirchen im Umkreis. Einer ihrer Kaplane war Adolf Kolping, Wegbereiter für die katholische Sozialbewegung. Seine Gründung von Gesellenvereinen basierte auf dem Elberfelder System, das ehrenamtliche Helfer für die Versorgung der Armen engagierte und auf Hilfe zur Selbsthilfe setzte. Das Luisenviertel gilt als Wuppertals Altstadt und lädt wunderbar zu einem Shoppingbummel oder einem Besuch in den zahlreichen Restaurants, Cafés oder Kneipen ein. Benannt ist das Luisenviertel nach der Luisenstraße, die wiederum nach Königin Luise von Preußen ihren Namen trägt. Der Mutter von Kaiser Wilhelm I. Rund um diese Straße pulsiert das Leben. Studenten und Künstler treffen sich in der blühenden Kneipenszene. Das Café du Congo zum Beispiel ist beliebter Treffpunkt. Schon früher trafen sich hier die Mitglieder der Kompanie von Pina Bausch auf ein Bier, einen Wein oder einfach nur leckeres Essen. Philippine Bausch, genannt Pina, war die Grande Dame der deutschen Tanzszene. Zu ihren Lebzeiten galt sie weltweit als einflussreichste Choreografin im zeitgenössischen Tanz. 1973 gründete sie ihr Tanztheater und entwickelte einen eigenen Stil, der sich aus Gefühl und Vorstellungskraft speiste. Ich glaube an die Kraft der Fantasie. Wenn ich will, dass die Sonne scheint, dann lasse ich sie einfach aufgehen. Auch in Wuppertal. Sagte Pina einmal. Heute ist das Luisenviertel auch für seinen inhabergeführten Einzelhandel bekannt, der für Kreativität und Individualität steht. Nutzen Sie doch die Gelegenheit für einen Shoppingbummel. Nach Ihrem Ausstieg an unserer Endhaltestelle am Döppersberg haben Sie es nicht weit. rechts, wo Sie das Gerüst der Schwebebahn sehen, befindet sich nun wieder die Ufer. Am gesamten Flusslauf hat früher ein großer... rechts, wo Sie das Gerüst der Schwebebahn sehen, befindet sich nun wieder die Ufer. Am gesamten Flusslauf hat früher ein großer Teil der Arbeiter seit links unterhalb erstrecken, mit dem Bleichen von Gärm und Stoff. die Bleiche hat die Bleiche mit spezielles Laufen waren die Stoffe abgefahren. Das wurde so viel Garten produziert, dass es die Bleiche hat so außerhalb, als wenn wir das auch in Wolle stehen. Die Bleiche hat es weit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Flusslauf hat früher ein großer Teil der Arbeiter seinen Lebensunterhalt bestritten mit dem Bleichen von Garn und Stoff. Die Bleicher legten die mit speziellen Laugen behandelten Stoffe am Ufer aus. Es wurde so viel Garn produziert, dass es zeitweise so aussah, als hätte es an der Wupper geschneit. Der Ursprung des Erfolgs der Wuppertaler Textilindustrie liegt im Privileg der Garnnahrung. Ab 1597 durften Elberfeld und Bahmen als einzige Städte im Herzogtum Berg, Garne und Tücher färben, weben und wirken. Dieses Monopol führte zu einem enormen wirtschaftlichen und finanziellen Aufschwung der beiden Städte. Mitte des 19. Jahrhunderts waren drei Viertel aller Arbeiter im Wuppertal in der Textilindustrie beschäftigt. Das blieb nicht ohne Folgen. Die Wupper ist tatsächlich so schwarz, dass wenn sie einen Nationalliberalen darin untertauchen, sie ihn als Zentrumsmann wieder herausziehen können, sagte der sozialdemokratische Politiker Philipp Scheidemann 1904. Damals war die Wupper von den Folgen der Industrialisierung extrem verschmutzt. Die Fabriken leiteten ihre Abwasser in den Fluss. Dadurch war das Gewässer nahezu tot. Bis Mitte der 50er Jahre kam es in den Sommermonaten vor, dass die Schüler der wuppernahen Schulen stinkefrei bekamen. Durch langwierige und intensive Säuberungs- und Renaturierungsmaßnahmen haben der Wupperverband und die Stadt in gemeinsamer Arbeit das nahezu unmöglich Geglaubte möglich gemacht. Heutzutage schwimmen wieder Lachse in der Wupper. Wir erreichen jetzt unsere Haltestelle. Wir bedanken uns herzlich, dass wir Ihnen Wuppertal zeigen durften und hoffen, Sie nehmen viele positive Eindrücke mit. Falls Sie weiteres Interesse an Wuppertal gewonnen haben, besuchen Sie uns doch im Netz unter www.wuppertalshop.de oder bei Wuppertal Touristik. Dort können Sie weitere Stadtführungen buchen oder Souvenirs kaufen, die Sie an diese Fahrt erinnern werden. Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihren Getränkegutschein im Hotel Flemings einlösen können. An der Rezeption bekommen Sie außerdem unsere Stadtpläne. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und noch eine gute Zeit in Wuppertal. Schweben Sie wohl! Ihnen gefällt unsere Stadtrundfahrt durch Wuppertal? Dann möchten wir Sie gerne auf unsere weiteren Fahrten hinweisen. Im Rahmen der Bergischen Touren fahren wir auch regelmäßig Stadtrundfahrten in Remscheid und Solingen. Dazu an Sonntagen die Bergische Rundfahrt, eine fünfstündige Rundfahrt durch das Bergische Land. Wir schauen uns unter anderem Schloss Burg, die Münzener Brücke und die historischen Innenstädte von Gräfrath und Lennert an. Weitere Informationen zu diesen interessanten Fahrten, die alle ebenfalls mit einem Doppelstock-Cabriobus stattfinden, finden Sie auf www.bergische-touren.de www.bergische-touren.de Vielen Dank.